Hallo! Ja, heute ist Stella fertig geworden mit den Dino ausgraben und danach noch sauber machen. Und jetzt werden wir den zusammen bauen. So, lass uns bauen. Ja, hier Sophie. Danke. So, und ich glaube, dass dieses soll zusammen werden, weil hier ist eine Fußspur. So, ich baue jetzt den Körper. Sophie baue den Körper, wie sie gesagt hat. Und ich baue das hier. So, so sieht es aus. Ja, ich baue den Schwanz hier. Und da ist der Schwanz und hier ist die Pfote. Der Fuß. Der Fuß. So, warte. Ah. Da, 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 da. Hallo, also ich bin jetzt der Herr Dinosaurier. Ja. Und jetzt kommt Profi-Sophie. Hier kommt Profi-Sophie und ich bin Professor oder Profi in Dinosaurier. Ja. Ey. Lass uns jetzt mal ein bisschen näher an diesen fantastischen, unglaublichen T-Rex kommen. Sie ist eigentlich kein Professor. Und, Entschuldigung, du rätst mit Profi-Sophie. So. Lass uns ein anderes gutes Beispiel sehen. Hallo. Ein T-Rex. Hallo. Ein T-Rex. Hallo. Ja. Hallo. Ich bin der andere T-Rex mit Fleisch und Haut. Und Farbe. Ja. Und ich bin wesentlich größer als der andere da drüben. Hey. Hey. Das ist nicht. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett, dein Dompa. Oh. Du guckst nicht. Sagen wir nichts. Wie ihr seht hat dieser T-Rex hier einen langen Schwanz und einen großen Kopf. So. Der lange Schwanz war benutzt. Zu balancieren. Hallo. Balance zu halten. Hier ist ein guter Beispiel für Balance und Langschwanz. Ja. Dieser Dino hat ein Langschwanz, wie ihr seht. Und wenn der nicht da wäre, dann würde der vorwärts fallen. Und ich denke, die wundern euch um Diebe. Ja. Wahrscheinlich wundert ihr euch, warum haben die auch so kleine Hände? Die brauchen eigentlich nicht die für jagen. Ja. Die braucht nicht die. Gott. Ja. Wenn die gejagt haben, bum bum bum, dann haben die einfach... Um. Den. Ja. Gebissen. Ein. Autsch. Das tut weh. Entschuldigung Bruder. Ja. Was denn noch? Und? Ja. Hier haben wir noch ein Dino. Dino. Der heißt Parasaurolophus. Mhm. Und der hat wahrscheinlich seinen Hinterteil von den Kopf hier benutzt, um Hut zu machen. Ja. Um zu den anderen Parasaurolophussen zu warnen oder mit denen zu reden. Ja. Das hier war wahrscheinlich auch noch ein Dinosaurier, das der T-Rex gegessen hat. So. Stay alive. Stay alive. Ha ha ha. Oops. I think I just died. I think I just died. I think I just died. No, ich bin nicht. No, ich bin nicht. No, ich bin nicht. I think I just died. Stay alive. Stay alive. O. O. Stay alive. Stay alive. Let's stay alive. Let's stay alive. Ha ha. Cheese. Tschoss. St online.